Am 5. August 2009 versammelt sich ein Team der Reality-Show Cops vor dem Anwesen der 27-Jährigen Dalia DePolido und ihrem Mann Michael in Boynton Beach in Florida. Sie haben von der örtlichen Polizeistation erfahren, dass dort etwas vor sich geht und dass eine Festnahme unmittelbar bevorsteht. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die 27-Jährige Dalia ist mit einem Bruder und einer Schwester bis zum Alter von 13 Jahren in New York aufgewachsen. Dann geht ihre Familie nach Boynton Beach in Florida. Ihre Eltern, ein Ägypter und eine Peruanerin, trennen sich, als Dalia 17 ist. Während sie und ihre jüngeren Geschwister mit ihrer Mutter in Boynton Beach bleiben, zieht ihr Vater nach Maine. Dalia beginnt als Callgirl und Eskordame zu arbeiten und führt eine On-Off-Beziehung mit einem Mann namens Mohamed Dschihade. Doch schließlich lernt Dalia einen anderen Mann kennen, einen Architekten aus Kalifornien. Sie heiratet ihn und zieht zu ihm, doch ihre Ehe scheitert und Dalia kehrt im Jahr 2006 nach Florida zurück. Ihr Ex-Mann sagt, sie hätte ihn um eine ganze Stange Geld gebracht und dann die Scheidung eingereicht. Im Jahr 2009 heiratet sie den 39-jährigen Immobilienmakler Michael Depolido und zieht zu ihm auf sein Anwesen. Sie hat Michael kennengelernt, als er sie als Eskordame gebucht hatte. Michael ist allerdings bereits seit sieben Jahren verheiratet. Doch er erzählt Dalia, dass er sich bereits im Scheidungsprozess befindet. Dies stimmt allerdings nicht. Bevor er Dalia kennenlernt, hat Michael keinerlei Pläne, sich von seiner Frau Maria zu trennen. Als sie von einer geschäftlichen Reise zurückkehrt, fällt sie aus allen Wolken, als Michael ihr plötzlich mitteilt, dass er ausziehen wird und die Scheidung will. Nur fünf Tage, nachdem seine Scheidung abgeschlossen ist, heiratet er Dalia. Michael, der italienische Vorfahren hat, hat zuvor in Philadelphia gelebt. Er hat bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung vor seiner Ehe und er hatte in der Vergangenheit selbst Probleme mit den Behörden, was daran liegt, dass er einige Investoren um Geld betrogen hat. Im Jahr 2002 ist er dafür angeklagt und zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Davon musste er allerdings nur sieben Monate absitzen. Seitdem ist er auf Bewährung. Auch neun Jahre zuvor war er bereits im Blickpunkt der Ermittler, da er mit Drogen gehandelt hatte, doch er wurde in dem Zusammenhang nie festgenommen und angeklagt, obwohl ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Eine Weile danach bietet Michael einem Mann Geld an, um etwas Spaß mit ihm zu haben, doch der Mann ist ein Undercover-Polizist und nimmt Michael fest. Da dies sein erstes Vergehen dieser Art war, zumindestens bei dem er erwischt wurde, wird er sofort freigelassen, nachdem er sich schuldig bekennt. Dahlia, die sich zunächst ohne das Wissen ihrer Eltern mit Michael verlobt hatte, bekommt dies ihren Angaben nach alles erst heraus, als Michaels Bewährungshelfer bei ihnen vorbeikommt. Aufgrund seiner Vorgeschichte ist Dahlias Mutter von Michael nicht gerade begeistert. Michael allerdings sagt, dass Dahlia bereits vollständig über seine Vergangenheit Bescheid gewusst hätte. Nach der Hochzeit beginnt Dahlia, das Geld von Michael auszugeben. Sie ist fast täglich in Einkaufszentren unterwegs, im Fitnessstudio und im Solarium. Sie erzählt ihren Freunden, wie sehr sie einige Angewohnheiten von Michael nerven würden. Er ist sehr auf sein Äußeres bedacht und steht jeden Morgen früh auf und lässt sich von Dahlia Steroide injizieren und geht ins Fitnessstudio. Michaels Freunde wissen, dass er seine strenge Routine braucht, um sein Leben im Griff zu behalten, denn er hatte damals, nun gut zehn Jahre zuvor, nicht nur mit Substanzen gehandelt, sondern sie auch selbst konsumiert. Doch Dahlia hat schnell genug von diesem strengen Tagesplan. Einmal macht sie sich mit ihren Freundinnen darüber lustig, dass Michael sich Fett absaugen lassen hatte. Dahlia beginnt, wieder Kontakt zu ihrem Ex-Freund Mohammed Jihadah aufzunehmen. Mehrfach stellt sie ihm in Aussicht, dass sie daran interessiert ist, ihre Beziehung wieder aufzunehmen. Mohammed scheint nicht abgeneigt und freut sich zunächst über die Kontaktaufnahme von Dahlia. Michael selbst ist zu dieser Zeit etwas irritiert, denn er wurde in einem kurzen Zeitraum mehrfach von der Polizei angehalten und sein Auto wurde auf Drogen kontrolliert. Einmal wird Kokain in einer Packung Zigaretten gefunden, doch Michael kann die Polizisten tatsächlich davon überzeugen, dass er keine Ahnung hat, wie es dort hineingekommen ist. Doch die Kontrollen sind so häufig, dass dies eigentlich kein Zufall mehr sein kann. Michael vermutet, dass ihm irgendjemand etwas anhängen will. Er befürchtet, dass er festgenommen werden könnte, falls es zu erneuten Funden von Substanzen kommt und deswegen lässt er schließlich sein Anwesen auf Dahlia überschreiben. Tatsächlich sind es in Wirklichkeit Dahlia und Mohammed, die der Polizei die Informationen gegeben haben, dass Michael mit Drogen handeln würde. Dann fällt Michael eines Morgens auf, dass irgendetwas mit seinem Kaffee nicht stimmt. Er trinkt ihn nicht aus und das ist auch gut so, denn Dahlia hat ihn mit Frostschutzmittel versetzt. Sie meint es ernst, sie möchte Michael loswerden und ihre Beziehung mit Mohammed wieder aufnehmen. Michaels Geld kommt ihr allerdings gelegen und sie möchte nicht darauf verzichten. Anstatt sich scheiden zu lassen, beginnt sie, mit Mohammed Pläne zu machen, einen Profikiller zu engagieren. Mohammed, der zuerst denkt, dass Dahlia das Ganze nicht ernst meint, bekommt allerdings Zweifel, als sie Michaels Kaffee mit Frostschutzmittel vergiftet. Er will nun doch nichts mehr mit der ganzen Sache zu tun haben. Als Dahlia ihn kurz darauf auch noch bittet, ihr eine Pistole zu besorgen, geht er schließlich zur Polizei und erklärt dort, dass Dahlia Pläne machen würde, um ihren Ehemann aus dem Weg zu räumen. Die Polizei braucht natürlich Beweise für das, was Mohammed dort erzählt, um irgendetwas unternehmen zu können. So wird Mohammeds Fahrzeug mit Kameras versehen, damit die Kommunikation zwischen ihm und Dahlia aufgezeichnet werden kann. Kurz darauf gelingt tatsächlich eine Aufnahme, die mittlerweile auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde. Darin beschreibt Mohammed, dass er einen Mann gefunden hätte, der für 7.000 Dollar bereit sei, den Mord an ihrem Mann Michael auszuführen. Mohammed sagt, dass er eine Anzahlung von 1.200 Dollar verlangen würde. Dahlia ist sofort dabei. Sie sagt, dass Mohammed die Tat bei dem Hitman in Auftrag geben solle. Nun hat die Polizei tatsächlich den Nachweis, dass Dahlia vorhat, ihren Mann aus dem Weg räumen zu lassen. Sie stellt einen Undercover-Agenten namens Heidi Jean, der sich als Auftragsmörder ausgibt. Er trifft sich mit Dahlia und erklärt ihr, wie der vorversteckter Kamera, die die Crew der Reality-Show Cops in Absprache mit der Polizei dort platziert hat, wie er vorhat, die Tat durchzuführen. Er erklärt, dass er es aussehen lassen wolle wie ein Raubüberfall und in diesem Rahmen würde er dann zweimal auf Michael schießen. Dahlia erklärt ihm Details über ihren Tagesablauf und versichert ihm, dass es nach der Durchführung der Tat keinerlei Probleme geben würde und sie über nichts, was vereinbart wird, reden würde. Dann fragt der Agent nach der vereinbarten Anzahlung und Dahlia ist auf dem Videoband zu sehen, wie sie ihm Geld gibt. Um wirklich sicherzugehen, dass Dahlia den Tod ihres Mannes plant, klärt der Agent sie noch darüber auf, dass sie keinen Rückzieher machen kann, sobald der Plan zur Durchführung kommt. Er fragt sie ihm, ob sie absolut sicher ist, dass sie die Tat umsetzen lassen möchte. Dahlia antwortet, dass sie zu 5000% sicher sein, dass sie Michaels Tod will. Weidi Jean, der Agent, vereinbart mit ihrem, dass die Tat am 5. August 2009 stattfinden soll und sagt, dass sie zum geplanten Zeitpunkt außer Haus sein muss. Die Fernsehshow Cops läuft in den USA bereits seit 1989. Sie begleitet die Polizei zum Teil bei Einsätzen und filmt häufig bei spektakulären Festnahmen. Obwohl sie dabei oft auf Privatgelände filmen, auf denen die Polizei Einsätze hat und Täter und Opfer von der Kamera ungefiltert in Extremsituationen dargestellt werden, bekommt die Sendung insgesamt gesehen nicht allzu viel Kritik, eher im Gegenteil. Wie die lange Laufzeit der Sendung seit über 30 Jahren beweist, erfreut sie sich großer Beliebtheit. Wie jeden Tag macht Dahlia sich also am 5. August auf dem Weg ins Fitnessstudio. Natürlich findet keine Tat statt, denn der vermeintliche Hitman Vidi Jean ist ja von der Polizei. Doch anstatt Dahlia einfach festzunehmen und ihr mitzuteilen, dass sie von ihrem Plan weiß, geht die Polizei einen Schritt weiter. Zunächst fahren die Ermittler zu Michael und setzen den völlig schockierten Mann von den Plänen seiner Frau in Kenntnis. Sie bitten ihn, das Haus zu verlassen und richten einen Tatort her, so als wäre Michael wie geplant überfallen worden. Wieder hält sich das Fernsehteam von Cops bereit, um Dahlias Reaktion festzuhalten. Einer der Ermittler ruft Dahlia dann im Fitnessstudio an und bittet sie, schnellstens nach Hause zu kommen, während sein Anruf vom Fernsehen aufgezeichnet wird. Michael bekommt währenddessen auf der Polizeistation das Video vorgespielt, auf dem Dahlia sich mit dem vermeintlichen Hitman Vidi Jean unterhält und die Tat in Auftrag gibt. Michael muss erst mal verarbeiten, was er sieht und sagt, dass er keine Ahnung hat, was Dahlia sich dabei gedacht hat. Es wirkt so, als sei er tatsächlich völlig ahnungslos gewesen, dass seine Frau einen Plan gegen ihn hatte. Dahlia macht sich auf den Weg. Sie nimmt an, dass sie bei ihrer Ankunft über Michaels Tod informiert werden wird. Sie hat ihren Part bereits einstudiert. Die Polizei ebenfalls. Sie erwartet Dahlia mit mehreren Streifenwagen, die mit Blaulicht vor ihrem Haus, dem vermeintlichen Tatort stehen. Sie haben alles mit Crime-Scene-Band abgesperrt. Als sie die erwartete Nachricht bekommt, bricht Dahlia in Tränen aus und reagiert völlig entsetzt. Ein Video der Situation hat die Polizei ebenfalls auf YouTube hochgeladen. Dahlia liefert kein gutes Schauspiel. Ihre Reaktion auf die Nachricht des Todes ihres Mannes wirkt künstlich und einstudiert. Dahlia wird zu einem Verhör mitgenommen. Die Frage ist, ob die Polizei die Reaktion auf den vermeintlichen Tod von Michael wirklich gebraucht hat, um Dahlia die geplante Tat nachzuweisen. Genauso merkwürdig ist das Herrichten eines Tatortes vor Dahlias Haus, wo sie dann vor laufenden Kameras konfrontiert wird. Da liegt schon die Vermutung nahe, dass sie Dahlia auch anhand der zu dem Zeitpunkt bereits vorliegenden Beweise hätten festnehmen und sie für die Planung der Tat hätten anzeigen können. Die Konfrontation von ihr am gefakten Tatort diente sehr wahrscheinlich nur dafür, um dem Fernsehteam von Cops ein paar sensationelle Aufnahmen zu bescheren. Schon spannend, wie eine Reality-Show das Handeln der amerikanischen Polizei beeinflusst. Dahlia wird auf der Polizeistation wieder vor Kameras darüber befragt, ob Michael irgendwelche Feinde hatte, doch Dahlia gibt vor, von nichts zu wissen. Sie wird auch gefragt, ob sie für den Vorfall verantwortlich ist, doch sie spielt weiter die Ahnungslose. Schließlich wird Weidi Jean, der Agent, der den Auftragsmörder gespielt hatte, in Handschellen in den Raum geführt. Die Polizei erklärt, dass dies der Verdächtige im Mord ihres Mannes sei. Weidi Jean tut so, als würde er Dahlia nicht kennen und auch Dahlia tut weiter so, als wäre sie völlig ahnungslos. Merkwürdig, dass solche Spielchen bei der Polizei in den USA erlaubt sind. In vielen anderen Ländern, zum Beispiel auch in Deutschland, wäre dies nur sehr eingeschränkt möglich, da es bereits unter Provokation zu einer Straftat fällt, als der ergänzlich als Hitman ausgegeben hat. Sowas ist zum Beispiel in Deutschland strengstens reglementiert und kommt nur in äußerst seltenen Fällen zum Einsatz. In der Form, wie es hier geschehen ist, wäre es gar nicht möglich. Allerdings wird sowas in den USA oft gemacht, zum Beispiel sind dort auch getarnte Polizistinnen im Rotlichtmilieu unterwegs und nehmen dann die Männer fest, die ihre Dienste in Anspruch nehmen wollen. In den USA ist dies Normalität, und es ist Michael DePolido ja auch selbst schon passiert, als er von einem Undercover-Agenten festgenommen wurde, als er ihm für etwas Spaß Geld geboten hatte. Kurze Zeit später betritt dann auch Michael selbst den Verhörraum. Spätestens jetzt weiß Dahlia, dass sie aufgeflogen ist. Dann wird sie darüber informiert, dass Weidi Jean ein Undercover-Agent ist. Die Polizei nimmt Dahlia fest und klagt sie wegen versuchtem Mord an ihrem Mann an. Die Folge der Sendung Cops, in der dies alles zu sehen ist, ist die vierte Folge der 24. Staffel und sie handelt ausschließlich von Dahlia. Sie trägt den Titel Hitman for hire. Michael sind zwar zuvor Kleinigkeiten aufgefallen, wie zum Beispiel der merkwürdig riechende Kaffee, doch er hatte nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass seine neue Ehefrau ihn umbringen will. Die Polizei geht davon aus, dass Dahlia in ihre vorherige Beziehung mit Mohammed zurück wollte, aber nicht auf Michaels Wohlstand verzichten wollte. Ihr Prozess beginnt im Jahr 2011. Vor Gericht streitet sie weiterhin ab, dass sie Michael umbringen lassen wollte, doch durch die ganzen Beweise, ihre ganze Planung wurde ja auf Kameras festgehalten, glaubt ihr natürlich niemand, dass sie keinen Tötungsvorsatz gehabt hatte. Mohammed wird nicht mit angeklagt. Durch seine Meldung bei der Polizei und seine Aussage gegen Dahlia genießt er Immunität. Unter anderem werden die Nachrichten, die Dahlia sich zur Vorbereitung der Tat mit Mohammed geschrieben hatte, vor Gericht vorgelesen. Die Sachlage scheint ziemlich eindeutig und sie wird zunächst zu 20 Jahren Haft verurteilt. Danach beginnt erst mal ihr Scheidungsprozess, denn Michael hat, wie zu erwarten, die Scheidung eingereicht. Aufgrund der Vorfälle, als er ständig wegen Drogen kontrolliert wurde, hatte er ja damals sein Anwesen auf Dahlia überschrieben, doch er bekommt es während des Scheidungsprozesses wieder zugesprochen. Nach der Scheidung geht Dahlia gegen ihr Urteil im geplanten Mord an Michael in Berufung und in dem Berufungsprozess heißt es dann, dass einige Mitglieder der damaligen Jury voreingenommen gewesen seien, da der Fall bereits vor dem Beginn des Prozesses detailliert in den Medien dargestellt wurde. Das erste Urteil wird deswegen gekippt. Bis zum Jahr 2017 steht Dahlia unter Hausarrest und trägt eine elektronische Fußfessel. Ein Prozess im Jahr 2016 scheitert. Dann beginnt ihr dritter Prozess. Ihre Verteidiger behaupten nun, dass Dahlia niemals Mordabsichten gehabt hätte. Die ganze Sache sei vielmehr ein Plan zwischen ihr, Michael und Mohamed gewesen, um im Fernsehen bekannt zu werden. Sogar die Polizisten, die Dahlia's Festnahme organisiert hatten, sollen in der Sache mit drinstecken. Alles wäre nur ein Plot für die Showcops gewesen. Darüber hinaus sei Dahlia ausgetrickst worden, als sie ihre Zustimmung zur Veröffentlichung der Episode unterschrieben hatte. Da Dahlia diese Zustimmung auf der Polizeistation vorgelegt wurde, ist es fraglich, ob sie sie wirklich freiwillig unterzeichnet hat oder ob sie bei den Behörden das Gefühl hatte, sie müsse dies tun. So sei ihre Zustimmung zur Ausstrahlung nicht eindeutig gegeben. Darüber hinaus ist sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht detailliert zum Geschehen befragt worden. Dies macht die Produzenten der Show wütend. Später überzeugen sie Dahlia jedoch persönlich noch eine Zustimmung auf freiwilliger Basis zu unterzeichnen. Michael bestreitet jede Beteiligung an einer geplanten Geschichte, um im Fernsehen bekannt zu werden. Obwohl die Fernsehshow tatsächlich Dahlias Festnahme gefilmt hatte, können keinerlei Nachweise dafür gefunden werden, dass sie und die beiden Männer das Ganze nur geplant hatten, um bekannt zu werden. Dahlia wird in diesem Prozess zu 16 Jahren Haft verurteilt. Sie hat sich mehrfach darum bemüht, dass ihr Urteil erneut aufgehoben wird, allerdings bisher ohne Erfolg. Im Gefängnis hat Dahlia ein Kind von einem anderen Insassen bekommen, das nun bei Dahlias Mutter aufwächst. Mohammed Jihadeh wurde im Oktober 2021 tot in seinem Apartment aufgefunden. Er war 40 Jahre alt. Seine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Michael ist inzwischen glücklich verheiratet. Was glaubt ihr, hat Dahlia das Mordkomplott an Michael gemeinsam mit Mohammed eingefädelt? War sie wirklich auf sein Geld und sein Haus aus? Und was wäre geschehen, wenn die Polizei nach Mohammeds Meldung nicht den Undercover-Agenten zu ihr geschickt hätte? Hätte Dahlia dann jemand anderen gefunden, um ihren Plan durchzuführen? Oder hätte sie den Plan ohne die Hilfe von Mohammed, der die Sache ja erst gar nicht ernst genommen hat und ihr letztendlich sicher keinen Hitman besorgt hätte, überhaupt weiterverfolgt? Als Mohammed sich aus der Sache zurückgezogen hat, hatte Dahlia zwar gesagt, dass sie sich jemand anderen suchen würde, doch dadurch, dass die Polizei selbst den vermeintlichen Auftragsmörder ins Spiel gebracht hat, kann diese Frage natürlich nicht mehr eindeutig beantwortet werden. Durch die Nachrichten zwischen Dahlia und Mohammed und die Aufzeichnungen in seinem Wagen hätte man Dahlia die Planung der Tat ja auch ohne dieses ganze Schauspiel nachweisen können, deswegen halte ich persönlich die ganze Sache für fragwürdig. Oder hatte Michael tatsächlich selbst seine Finger mit im Spiel, so wie Dahlias Verteidiger es in ihrem dritten Prozess behauptet hatten? Hatte er gemeinsam mit Mohammed und Dahlia die ganze Sache geplant, um ins Fernsehen zu kommen? Könnte er Dahlia wirklich überzeugt haben, bei so einer Sache mitzumachen, um sie dann im letzten Moment zu betrügen und sich selbst als das Opfer hinzustellen? Michael hatte ja bereits vor seiner Ehe mit Dahlia andere Menschen um Geld betrogen. Er hätte dadurch ja tatsächlich nur seine Bekanntheit zum Beispiel im Fernsehen steigern können, einen finanziellen Vorteil hätte er durch die ganze Sache nicht wirklich gehabt. Auf der anderen Seite, was hilft einem ein Fernsehformat wie die Sendung Cops dabei bekannt zu werden? Wer dort zu sehen ist, erhält doch allenfalls sehr zweifelhafte Berühmtheit und schadet seinem Ruf eher. Naja gut, wenn man als Opfer auftritt vielleicht nicht, aber dennoch ziemlich absurd, sich gerade durch eine Sendung wie Cops einen Namen machen zu wollen. Wer weiß, auf was für eine Karriere Michael aus war. Doch wie hätten die drei, falls es so gewesen ist, überhaupt vorher wissen können, dass ihr Fall tatsächlich in der Sendung Cops dargestellt werden würde? Ich bin jedenfalls sehr gespannt darauf, was ihr denkt. War dies ein Mordkomplott gegen Michael oder war dies tatsächlich ein absurder Versuch von drei Menschen irgendwie ins Fernsehen zu kommen? Und was haltet ihr von der Vorgehensweise der Polizei? Haltet ihr so eine Vorgehensweise für gerechtfertigt oder schießt das nicht vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar dazu unten. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, denn dadurch kann es von mehr Leuten gesehen werden. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020